Russland wird amerikanische Vermögenswerte, einschließlich Wertpapiere, identifizieren und auflisten, die als Entschädigung für Verluste verwendet werden können, die durch die Beschlagnahme eingefrorener russischer Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten verursacht wurden, gemäß einem heute von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Dekret. Die G7-Staaten haben wochenlang darüber diskutiert, wie sie am besten russische Finanzanlagen im Wert von 300 Milliarden Dollar nutzen können, wie ZB-Staatsanleihen, die sofort eingefroren wurden, nachdem Moskau im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert war, berichtet Reuters. Russlands Fähigkeit, sich zu rächen, falls westliche Führer seine Vermögenswerte beschlagnahmen, wird durch den Rückgang ausländischer Investitionen behindert, aber es könnte sich an das Geld privater Investoren wenden. Der von Putin unterzeichnete Befehl listet Wertpapiere, Immobilien, bewegliche Güter und Eigentumsrechte als Vermögenswerte im Besitz der USA auf, die der Beschlagnahmung unterliegen. Der ehemalige russische Präsident Mitri Mietvedev räumte letzten Monat ein, dass Russland nur eine unbedeutende Menge an US-Regierungsvermögen besitzt und dass jede russische Antwort asymmetrisch, aber auf private Vermögenswerte fokussiert sein würde. Vermögenswerte vieler ausländischer Investoren, einschließlich einzelner Personen und großer US-Investmentfonds, werden auf speziellen Konten gehalten, die Russland sofort nach dem Einmarsch in die Ukraine eingerichtet hat und die von einer Reihe westlicher Sanktionen im Februar 2022 getroffen wurden. Gelder auf diesen Konten dürfen ohne Genehmigung der russischen Behörden nicht aus Russland transferiert werden.